jawohl herzlich willkommen zu einer weiteren folge tonis theorie training hier mit frischer theorie von der alzer heute soll es um die rollwände gehen und die rollwände ein schwieriges manöver weil nämlich keine rollwände jemals gleich ist jede rollwände ist ein bisschen anders hat man anders getrimmt ist man wieder ein kilo schwerer geworden war man hat man ein bisschen wasser im boot kommen welle kommen wenn kommt eine böe ist immer ein bisschen anders und deswegen will ich auch nicht eine ein video gucken und sagen so macht man es sondern ich will diese stichpunkte hier abarbeiten die uns dann in indikator geben bei jeder rollwände die jeder von uns irgendwie mal macht hat war die gut oder war das waren die wichtigen punkte gut und da müssen wir uns mal daran abarbeiten ich habe da drei das sind drei kategorien quasi geteilt und dann immer die einzelnen stichpunkte darunter geschrieben die kategorien sind im endeffekt das ruder das segel und der segler oder die seglerin und wir gehen das mal kurz durch also beim bruder eigentlich die einfachste kategorie maximaler ruder ausschlag und wann ist das ruder wieder gerade der zweite punkt ist natürlich im endeffekt die ich will die windkante treffen bei der rollwände also nicht zu tief die meisten leute kommen immer zu tief raus und und fahren dann noch mal so ein schlenker nach der wende das wollen wir verhindern aber wann ist das ruder wieder gerade und natürlich was ist oder wie viel ruder darf ich maximal legen wenn ich zu viel ruder lege mein mir einfach meine geschwindigkeit im boot kaputt und das ist so ein zentraler aspekt ich will ja vor der wende natürlich schon schnell sein wenn es immer sehr viel einfacher wenn ich vor der wende schon schnell bin und ich will natürlich diesen speed in der wende auch nicht abgeben man holt sich dann den speed durch den pumper wieder aber natürlich kann ich mir um der pumper ist umso einfacher um umso effektiver je mehr geschwindigkeit man durch die wende hindurch rettet quasi weil ein bisschen langsamer wird man natürlich das kann ja gar nicht anders sein aber je weniger geschwindigkeit man überhaupt abgibt umso besser ist es und ein zentraler teil beim beim geschwindigkeit im boot halten ist der maximale ruderausschlag punkt zwei das segel beim reinsteuern muss man das segel dicht nehmen anlufen ist immer segel dicht nehmen das ist ja das gehört ja zusammen abfallen ist immer segel rauslassen anlufen ist immer segel dicht nehmen und wenn wir in wind rein steuern bei der wende dann muss das segel noch dicht genommen werden das boot wird durch segel dicht nehmen luftgierig das hilft uns weil wir wollen ja in den wind rein steuern und gleichzeitig behält man schön an der achterlieg noch ein bisschen die umströmung nur eine halbe sekunde länger aber wir nehmen alles mit was wir kriegen können und dann natürlich beim pumper für den wir das ja machen den ganzen schmuh beim pumper kommt der wind von der seite man zieht den mast einfach quer durch den wind und dann kommt der wind natürlich auch direkt auf den mast drauf zu und deswegen kommt meine kinder können schon nicht mehr hören der wind kommt beim pumper von der seite also aus einer halbwind eher wie auf dem halbwindkurs und dann muss natürlich auch das segel eher wie auf dem albwindkurs eingestellt sein und deswegen muss das segel eben beim pumper wieder offen sein die meisten das hört man als coach immer weil der knarblock ja knickt und so klickt so und wenn der knarblock knarrt bevor das boot gerade ist oder meistens sogar bevor der hintern vom kind auf der kante ist dann war das viel zu viel zu viel zu früh und da muss man sich zwingen dass man eben das segel dann noch draußen lässt und erst wenn das boot wieder gerade ist dann dass da der knarblock knarrt und der körper jetzt gerade schon fast so ein bisschen mit angesprochen wieder drei dinge zu tun der körper eins die leh krängung beim reinsteuern in den wind leh krängung unterstützt das anluven macht uns also einfacher das ist ein leckeres detail was man mit einbauen kann und dann aber hier kommt eigentlich das richtig kritische und das ist dieser wir brauchen einen dicken impuls für die krängung man man sieht das viel zu oft dass die leute so lange auf der kante sitzen bleiben und warten bis das boot endlich krängung aufbaut und egal ob man schwer ist oder ob man leicht ist oder ob gerade viel oder wenig wind ist man braucht einen dicken impuls um eben diese krängung schnell aufzubauen und dann kommt der pumper der das boot nach der wende wieder ordentlich beschleunigt und dabei geht es im endeffekt darum dass wir zum einen und das ist das was ich aufgeschrieben habe das gewicht schön weit nach vorne verlagern damit sich das heck nicht fest saugt und zum anderen aber auch dass wir natürlich nicht überziehen also sprich dass das boot zwar sich aufrichtet aber halt eben nicht über die 90 gerade dann drüber und natürlich auch dass das möglichst ruckartig am anfang geht und dann hinten raus schön langsam wird und da gucken wir uns mal ein paar wänden an und ich habe tatsächlich ich will gar nicht die perfekte wände zeigen weil die meinung bin das ist die perfekte wände gar nicht unbedingt gibt aber ich habe ein bisschen was vorbereitet und wir gucken uns mal ein paar videos an und arbeiten uns dann an diesen einzelnen stichpunkten hier ab und dann haben wir ein gutes bild im kopf und jede rollwände ab sofort die man daneben halt macht die kann man dann selber bewerten anhand dieser stichpunkte gucken wir mal wir müssen hier rüber schalten und da ist mein besser rollwender im bild das ist ein video von als davon anfang märz wir gucken uns jetzt erstmal die wände zweimal an und dann nehmen wir sie eben auseinander mit den stichpunkten ja schon schon ganz lecker auf jeden fall sonst würde ich sie auch nicht zeigen mag er negativ beispiele nicht so gerne und jetzt gucken wir mal gucken wir mal rein als allererstes mal das ruder hier ganz am anfang ist es deutlich zu weit und hier sieht man dann auch gleich dass das sich hier ich hoffe ihr könnt das gut sehen an der an der das versuche ich an der hier so eine kleine welle bildet das ruder wird dann gleich noch mal ein bisschen korrigiert hier sieht man das eigentlich ziemlich gut das sind 40 grad vielleicht maximal 40 grad genauso muss das sein und man sieht auch dass bis auf diese kleine welle vom anfang wo das ruder noch ein bisschen zu weit gelegt war keine verwirbelung in dem kielwasser sind und das ist immer ein ganz gutes zeichen also maximales ruder legen hier schon mal check sehr gut und dann ruder ist muss wieder gerade und zwar in dem moment wo das segel hier ins profil fällt da ist ja die drehung im prinzip schon vorbei und wir gucken uns das mal genau an hier ist immer noch der wind von der falschen seite obwohl obwohl dass der bug schon durch den wind durch ist immer noch wind von der falschen seite und jetzt hier fällt dann das segel ins profil der sportler bewegt sich schon zu dem zeitpunkt ist hier schön früh unterwegs gefällt mir gut und im moment ist das ruder sogar noch gelegt aber jetzt kommt hier der der bauch langsam an und dann ist das ruder wieder gerade live übersteuert jetzt hier gleich ein bisschen das lassen wir mal unter den tisch fallen hat keiner gesehen aber wichtig ist dieses timing was man den kindern eigentlich ganz gut mitnehmen mitgeben kann wenn ich jetzt an andere trainer wenn sie jetzt andere trainer das angucken aber was man also sieht im prinzip ist in dem moment wo man sich anfängt zu bewegen muss das ruder schon wieder gerade sein spätestens wenn der hintern hier die kante verlässt ist man mit der drehung eigentlich fertig und dann kann das ruder auch schon wieder gerade und beim beim pumper sowieso ja hier wenn spätestens wenn das wenn das gewicht auf der neuen seite ankommt dann ist man fertig mit der drehung sonst würde man ja noch nicht pumpen ja also oder bewegung abgehakt gehen wir zum segel beim reinsteuern das segel dicht sieht man hier schön kommt gleichzeitig mit dem mit dem impuls auf die kante über dem wir gleich noch reden und wir sehen hier schön dass hier vorne fängt das segel schon an zu flattern aber wir haben hier hinten an der achterlieg noch weiterhin die umströmung immer noch immer noch und erst dann wenn das wenn der kopf drunter durch muss lässt man das segel wieder raus und dann ist es hier auch schön weit offen für den pumper aus der kamera perspektive bisschen schlechter zu sehen als wenn ich direkt dahinter wäre aber ich glaube da sind sich alle eigentlich dass hier der das ende vom baum nicht über der ecke ist sondern schön weit draußen und jetzt ist das boot wieder gerade und dann wird das segel auch wieder dicht genommen genau so muss das sein gucken uns das noch mal ein fließender an jetzt das segel dicht nähe mit dem impuls und dann nach dem pumper erst wieder dann raus lassen und dann nach dem pumper erst wieder dicht nehmen noch mal hier dicht raus draußen lassen dicht nehmen jawohl sehr gut und wir gucken einmal hier schummelnderweise auf unsere stichpunkte stichpunkte ruder bewegung haben wir segel haben wir jetzt kommt körper leg krängung beim anlufen den dicken impuls für die krängung und nach vorne beim pumpen wir gucken mal wie gut das hier umgesetzt wird leg krängung beim reinsteuern ein bisschen vielleicht ein kleines bisschen vielleicht kann auf jeden fall ein bisschen dollar aber solange man die luft krängung nicht zu früh hat ist das auch in ordnung hier ich will keine negativ bei nicht 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 hier negativ beispiele publizieren das könnte hier aber tatsächlich ein bisschen mehr aber was hier richtig lecker ist ist der impuls auf der kante man sieht ja dass der hintern in der luft ist also obwohl also hier ist es auch einfach insofern als das live erst mal aufstehen muss aber der hintern ist hier tatsächlich richtig in der luft und landet dann auf der kante und zwar da muss ich noch mal richtig hin und zwar fast in der hänge position ja nicht einfach nur der hintern ist auf der kante sondern die oberschenkel sind auf der kante und die schultern sind sogar noch weiter draußen als die hüfte und das ist einfach richtig lecker und da sieht man nämlich auch dass der impuls hier schön schnell schön intensiv gesetzt wird auf die kante und das boot ordentliche krängung hat dann kann man sich nämlich auch schön früh bewegen wir sind ja froh wenn man wenn die wände zügig vorbei ist die wände muss nicht so schnell gehen wie möglich aber natürlich will man hier nicht auf der kante sitzen bleiben und irgendwie warten bis irgendwie sich krängung aufbaut also dieser impuls hier immer so mal der ist richtig der der ist schon sahne ja und der schlüssel ist halt wirklich der schlüssel ist halt wirklich wie weit der körper hier raus geht ja das ist der schlüssel alle alle die hier nur mit dem hintern auf der kante bleiben die bauen nie genug druck auf außer sie sind halt sehr schwer aber von davon kann man ja jetzt nicht ausgehen erst mal und dann der pumper beim beim gerade ziehen man sieht hier schön die die position von von dem vorderen bein von live das schienbein ist über quershot und das vordere knie ist über dem auftriebskörper das ist schon genau richtig aber die wirbelsäule hier ist also der körper ist sehr aufrecht das heißt hier könnte auf jeden hier würde auf jeden fall mehr gehen aber ich will auch hier wieder nicht auf den negativbeispielen rum reiten sondern wir gucken uns hier mal einen anderen sportler an und das ist auch wieder nicht die optimalste kamera perspektive wäre aber hier sieht man wenigstens die beine und auf die kommt ja im endeffekt an dass der dass der körper hier nach vorne geht und und der kopf hier richtig nach vorne zieht das glaube ich dass das das seht ihr auch aus der kamera perspektive hier ist auf jeden fall das ruder noch viel zu doll gelegt ich wieder ich will keine negativbeispiele machen aber weil hier das mit dem mit dem der körper hier sich die position des vorderen beines und die position der schultern und des kopfes ist hier wirklich gut deswegen zeige ich das eine sache die man hier sehr ein kleines detail was man hier sehr gut sieht ist die die hand an der pinne die wird hier nicht ganz am ende angefasst und daher kommt das auch dass man das ruder dann eher noch mal verreist beim beim rüberspringen pinne bei der roll wenn einfach mal ganz am ende anfassen dann hat man hier tatsächlich auch die nötigen zentimeter um eben mit dem kopf so weit nach vorne zu gehen und hier ist wirklich das gewicht gar nicht auf mit dem hintern auf der kante sondern tatsächlich eher auf diesem bein und auf dem knie dass das schienbein geht auf das quershot das knie geht auf den auftriebskörper und da geht das gewicht so richtig drauf und dann sieht man hier nämlich auch schön wie dass ich was man hier eher mit wie hier das heck aus dem wasser kommt und das gibt dem boot richtig die chance loszufahren weiteres schönes detail ist hier dass die vordere hand auf dem schwert das kann man gut machen um sich ein bisschen stabilität zu geben und das gewicht auch nicht zu weit nach außen zu bringen wenn sehr wenig wind ist das schwert könnte hier natürlich ganz unten sein aber wie gesagt und hier sieht man schön wie die schultern einfach richtig schön weit nach vorne gehen man sieht auch wie schön weit offen das segel ist bei dem pumper das ist ja auch sehr gut zu sehen aus der perspektive genauso muss das sein und ich habe noch ein drittes video weil hier sieht man sehr schön wie gut der der impuls auf die kante kommt ja das ist hier wieder das ist hier wieder live ich habe ja gesagt am anfang das das boot soll sich am anfang doll bewegen und dann langsamer werden und das sieht man hier finde ich sehr gut ich lass einmal kurz laufen das energie drin richtig gut ja das und da macht er das boot richtig so ein satz nach lu fast er live übertreibt sie natürlich ein bisschen das ist klar aber dieser impuls ist genau das richtige was wir brauchen da war der hier war tatsächlich der impuls beim reinsteuern gar nicht so intensiv dafür beim gerade ziehen umso intensiver auch hier sieht man eigentlich dass das dass das gewicht live versucht das schon mit dem nach vorne ziehen aber das haben wir ja in dem anderen besser gesehen so das war's liebe leute roll wenden ich freue mich die dann auf dem wasser wieder zu sehen und jetzt bitte das video hier noch fünf mal angucken und die ganzen kleinigkeiten die ganzen details auswendig lernen von dieser liste also bis später ihr Vielen Dank.